Herr Möser, auch hier in Pyrmont zur Kur, eine wunderbare Quelle in Pyrmont, gutes Wasser, hat Möser sogar sich mit nach Hause genommen nach seinem vier Wochen Kuraufenthalt oder drei Wochen. Er war regelmäßig in Pyrmont und seine Gesundheit war eigentlich okay, aber hier und dort war es vielleicht doch ganz gut, etwas für die Gesundheit zu tun, aber Pyrmont war mehr als nur sich ein bisschen erholen und gesund pflegen lassen, sondern Pyrmont war ein gesellschaftlicher Treffpunkt. Und das Besondere im 18. Jahrhundert an diesen Orten ist, dass sich dort die Ständegesellschaft bereits auflöst, denn Adel und Bürger kommen sich dort näher. Das, was sozusagen in der Struktur fest angelegt ist, das sucht sich bereits Orte, wo man über diese Ständegrenzen hinweg miteinander spricht. Das passiert in Pyrmont in kleinen Tee-Assemblées, wenn man sich trifft, wenn der Fürst zum Frühstück einlädt, lädt er dort nicht nur Adelige ein, nein, inzwischen auch Bürgerliche. Und was macht Justus Möser? Er ist sogar ein Bürgerlicher, der Adelige einlädt. Das nenne ich mal Courage. Das ist Justus Mösers originaler G-Stock, den er vielleicht in Pyrmont auch benutzt hat. Und so bescheiden wie der gesamte Möser. In Pyrmont traf er sich mit bekannten Leuten wie Lessing zum Beispiel, der ja für die deutsche Aufklärung sehr wichtig ist, der sich auch mit Fragen der Religion befasst hat, auch für Möser ein wichtiges Thema. Und sie haben auch über Logen gesprochen. Logen, das waren auch Orte, wo sich Leute der Ständegesellschaft trafen, über die Ständegrenzen hinweg, Adelige und Bürgerliche, um sozusagen im Geheimen Fragen zu diskutieren, die man eigentlich in der Öffentlichkeit noch nicht ansprechen konnte. Die Kirche hat eine starken Macht, die Herrscher hatten eine starke Macht, aber trotzdem tat sich etwas in der Gesellschaft. Rousseau hat er in seinem Naturrecht geschrieben, dass die Menschen doch eigentlich von Natur aus gleich sind. Und diese Fragen wurden diskutiert. Und dann kam er natürlich zwangsläufig zu dem Punkt, dass man sagte, warum wird eigentlich in der Gesellschaft unterschieden zwischen Adeligen, zwischen Bürgerlichen, Bauern?